Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Runde TTT etwas außerplanmäßig, normalerweise nur am Wochenende, aber wir haben so ein bisschen Probleme mit Sachen machen und deswegen haben wir gedacht, wir spielen einfach mal eine Runde TTT außerplanmäßig. Mit dabei ist der Fischkopp, der Bennet Bob und der Jack Fleischhammer. Guten Tag, ich freue mich euch zu hören. Übrigens Inno. Ich wollte mal ganz kurz sagen, wir haben natürlich die Kommentare gelesen, ja klar, vier Leute, es kann ein bisschen wenig sein, aber da wir ja außerplanmäßig wegen Sachen machen unterwegs sind, haben wir uns gedacht, YOLO! Genau. Das Problem war wirklich, wir haben eigentlich andere Sachen vorgehabt, das ist aus technischen Gründen gescheitert und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen eine Runde spontan TTT auf und sind innocent. Wir werden versuchen, Leute dazuzuholen künftig. Können wir nicht sagen, wen und wir können auch nicht sagen, wann. Also, wir werden vielleicht noch ein paar Folgen haben, wo wir nur zu viert sind, aber es sollte dem Spaß keinen Abbruch tun und bei mir ist der Jack Fleischhammer. Vor allem, wir lernen ja das Spiel überhaupt noch, das habt ihr auch mitbekommen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie man schießt und so und ich denke mal, das hier wird die Kerngruppe sein, würde ich jetzt mal behaupten und dann kann man sich mal so Gäste reinholen und andere Leute reinholen und die mal länger halten und übrigens bin ich hart innocent. Also, so innocent war ich noch nie vorher. Okay, Fischkoppel ist es. Ja. Äh, hallo? Ja, definitiv. Wer das Spiel startet, ist immer erstmal der Traitor. Ja, stimmt, das haben wir ja eigentlich auch schon mitgekriegt, ne? Wo seid ihr denn, Leute? Wer hat das Spiel gestartet? Hm, ah, äh, Fisch, 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 beim Aufzug. Seid ihr alle noch am Start, oder was? Gehst du mal weg, ich will durch, danke. Ja, dann geh doch. Okay. Meine Frise, das kann ja auch nicht angehen. So, Bob. Warum willst du jetzt wieder hier lang? Warum willst du jetzt hier lang? Nein. Wie? Äh, Jack? Ja? Minyads? Ja? Okay. Sie leben noch. Alles ist in Ordnung. Bob, sie leben noch. Bob, sie leben noch. Wie lange muss man eigentlich hier auf dem Fahrstuhl warnen? Ich glaube, es ist ein natürlicher Schutzinstinkt, dass man nicht auf Fischkopp, äh, hört. Bitte was? Ich hätte dich längst töten können, du Nacken. Ja, Tito. Ja, gut, dann sind wir schon mal bei dir nicht, jetzt können wir die anderen töten. Ah, Fahrstuhl ist da. Okay, Fahrstuhl. Kommst du mit? Ja. Fahrstuhl, ja, komm. Jetzt ist das gut. Okay, auf dieser Map kann man übrigens als Traitor, ihr wisst es ja alle nicht, ne? Aber verschiedene Sachen machen. Also der jetzt, der Traitor ist, der sieht um sich herum, müsste der irgendwie so Finger sehen und so. Fischkopp. Ja, sehe ich. Auf. Fischkopp, auf. Und die kann man aktivieren, auch von der Ferne. Was ist denn? Kann man so Türen aufmachen und so. Hallo, Jack Fleischhammer. Hallo. Na, alles klar bei euch. Ich habe schon eine Waffe rum. Oh, 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 oh. Nee, ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe. Wo ist mein Shotgun denn? Du hast sie gegen die Traitor-Waffe ausgetauscht. Ah, ja, gegen die Traitor-Shotgun, genau. Okay, ähm, Leute. Also ich schreibe mal C. Wo ist Minias eigentlich? Traitor-Menü. Minias ist es wirklich. Die C, der Wop fliegt dem Wop. Ja, Minias ist es wirklich. Warum soll ich es sein? Ah, wo ist der hin, Mann? Nein. Wo ist Minias? Das ist die Frage. Ich bin irgendwo im Bauch des Flugzeugs, aber ich fühle mich nicht zurecht hier. Was da? Alter. Der hat was aktiviert. Hier. Ah, Türen, 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 Türen. Was, was da passiert, Mann? Okay, Minias war es auf jeden Fall. Das war Jack. Definitiv. Der Traitor hat dieses Turret da hinten angemacht. Dieses Turret? Können wir mal jetzt? Okay, Minias, es ist definitiv, Leute. Aha. Ja, klar. Okay. Hundertprozentig. Ja, Jack ist es. Ich suche jetzt Minias und töte ihn, okay? Nein, ich bin es doch nicht. Fischkopf, schau hinter dich. TNNC ohne nie. TNNC ohne nie. Das ist alles gut, Mann. Lasst uns doch jetzt Minias hoch. Wie kommen wir denn eigentlich wieder hier hoch? Hier, geh mal vor. Hier ist eine Treppe, Digga. Weg, geh vor. Ich habe die alten Folgen analysiert und ich habe herausgefunden, wann Minias lügt. Ich auch, ich auch. Ich weiß, dass er jetzt zum Beispiel lügt. Ja, ich lüge. Das kann gar nicht sein. Ich bin im Keller. Ich bin im Keller. Bob, komm mit jetzt hier. Ja, aber ich bin ich hier um, bitte. Ich komme nicht raus. Ich will jetzt in den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl kommt aber nicht. Warum will ich ihm hier? Ich will nicht mit einem Fahrstuhl. Das ist eine Todesfalle. Ich weiß das. Warum? Was ist denn los? Will ich denn jetzt? Ich weiß. Warum geht es nach unten? Geht so nach unten. Jack, sprich mit mir. Sprich mit mir. Ich hänge fest. Oh, oh. Bob. Bob. Jack. Jack. Mein Gott. Hä? I've killed him. Das Problem war, er hat Bob erschossen. Das habe ich im Aufzug gehört, weil sie mit mir runtergefahren sind. Dann habe ich nur vom Aufzug in der Hocke gewartet und dann habe ich Sachen gemacht. Jack war es? Jack war es. Ja, Jack war es. Oh mein Gott. Ich war mir zu 100 Euro sicher, dass ich bin da war. Oh mein Gott. Ja, ja, das ist immer, weißt du. Scheiße. Vor allem hat er mich doch super getroffen. Ich hatte so ja Body Armor und alles. Ja, aber ich habe aus der Hüfte geschossen. Ich habe überhaupt gemessert und das sind... Ah. Okay. Nein, nein. Nein. Oh, shit. Ich hänge fest schon wieder. Was ist denn hier mit der Schrotflinde? Ist eigentlich hier Schrotflinden-Map oder was? Ja, natürlich. So, demzufolge bin ich ja jetzt schon mal raus. Ich bin kein Trader. Das ist ganz wichtig, dass wir uns gleich daran halten. Ich bin sowieso... So, da hast du. So. Warte. Warte. Warte, bitte. Warte, bitte. Oh, das ist eine volle Granate. Inno. 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 Bob ist es. Bob ist es. Natürlich ist es Bob. Wo ist es Bob? Da ist er. Erschieß mich. Erschieß mich. Erschieß mich. Waps, los. Erschieß mich doch hinter dir, Minnias. Hinter dir. Ich bin bei Minnias. Ich bin bei Minnias. Ja, und Bob ist oben. Wo seid ihr hin? Ja, Bob ist hier. Guck, guck. Ja, und Bob ist oben. Ja, da oben. Da guckt er doch. Ich glaube, Bob ist hier. Sag Bescheid. Hey, Jack. Töt ihn. Jack, was machst du da hinten? Hört ihn. Ich glaube, er hat eine Bombe gelegt. Jack hat eine Bombe gelegt. Nein. Minnias. Da wurde geschossen, Bob. Bob, da wurde geschossen. Minnias hat eine Schrotflinte gehabt. Ja, stimmt. Irgendwer hat eine Schrotflinte gehabt. Minnias, sag mal. Sag mal. Alle Mäuschen machen. Minnias. Ja, sag mal Gurke. Gurke. Hier, hier ist irgendwo. Was tut, Bob? Hier, da drin ist ein Storm. Hörst du? Das ist felsam. Der hat eine, der hat eine Schrotflinte. Also, wenn das jetzt hier hinhaut, dürften ihr mich nicht hören. Holzer. Aber sie erschießen sich hier gegenseitig. Und Tischko hat mich klassisch in die Falle gelockt. Ich hoffe, das haut hin hier. Die hören mich auch wirklich nicht. Wo schießt der denn raus? Lüftung Schach, glaube ich. So, wo sind sie denn? Ich werde die mal verfolgen. Du bist so weit weg von mir. Ja, bleib gleich. Komm, komm, komm her. So, da ist er. Ups. Wo ist Minnias? Minnias ist tot. Hörst du die Bombe? Wir müssen ganz weit weg. Aber ihr könnt die ja nicht. Ich höre nicht das C4. Das piept. Angst. Also, ich höre das C4 nicht. Aber die beiden werden sterben. Moment. Willst du, was das Schlimmste gerade ist? Was denn? Dass Fischkopf im TS nicht gemutet ist und Minnias schon. Das ist natürlich jetzt dreckig. Also, was machen wir jetzt? Wir fahren den TS runter, ne? Den TS runter? Also, ich sehe ihn nicht. Ich habe keinen zweiten Monitor. Den auch nicht. Warte, warte, warte. Ich habe meinen jetzt runtergefahren. Den sehe ich jetzt nicht mehr. Ja, ist klar. Ich habe es verändern. Ich habe es verändern. Wie kannst du erändern? Ist so. Ich spiele fair. War das die Bombe jetzt oder habe ich mich gerade selber getötet? Du hast dich gerade selber getötet durch die Bombe? Nee, ich habe da so ein Fenster aufgemacht, glaube ich. Achso. Und wurde rausgezogen. Ich war in dem Raum, wo jemand rauskam. Warum jetzt Smoke Grenades? Vier. Ich finde es sehr, sehr anprangernd würdig, dass ich jetzt als Traitor nicht geile Sachen machen konnte. Ja, aber ich hatte, übrigens bei mir, die Zuschauer hatten verlangt, dass ich mal mit Facecam spiele. Das muss ich mir für die nächste Folge mal kurz aktivieren. Das ist innocent. Das macht auch total Sinn. Das bin ich auch innocent. Na toll. Also für die nächste Folge gibt es auf jeden Fall Facecam. Nur für die Nider. Ich bin, achso, ja, auch. Nächste Folge schon? Ja, weil jetzt mache ich ja die Facecam nicht mehr drin an. Ich weiß. Bob ist bei mir. Bob zielt auf mich. Bob zielt auf mich. Fischkopp ist bei mir. Fischkopp ist bei mir. Das ist ganz wichtig, dass wir den sofort klären. Ich sehe das in den Augen. Er ist böse. Also er ist nicht inno. Migas? Ja, bitte. Ich muss ganz kurz eilig werden darüber, dass ich dich schon längst getötet hätte, wenn ich jetzt der Traitor gewesen wäre. Bob ist so ruhig. Okay, wir machen einen Test. Ich bin still. Ja, schieß dich. Okay, die Chance wäre da gewesen. Ah, Bob. So, wirst du auf. Da vorne ist Fleisch. Da ist Fleisch. Ich bin so aufgeregt. Auf jetzt. Wir haben gerade mal gecheckt. Wir können uns vertrauen. Wir haben uns gegenseitig angefasst und es ist nichts passiert. Hallo, ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich könnte mich so... Ja. Ja. Okay, Bob. Ist es Bob jetzt oder was? Warum? Er ist hundertprozentig Bob. Warum ist Bob nicht hier? Da kommt Bob. Darf ich ihn töten? Ich weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir sollten Bob belagern, bis die Zeit abgelaufen ist. Nein. Ich glaube, dass irgendjemand sich schon verraten wird. Auf lang oder kurzer Sicht. Oder Flaschendrehen spielen. Oh, das wäre geil. So als Add-on hier. Flaschendrehen. Ja. Pflicht oder Verheit. Ähm. Guck mal, wir hassen ja... Wir sind ja alle... Ist das, was am schlimmsten finden... Ja, was ist denn? Also, Random Kids sind ja eigentlich verboten, ne? Eigentlich schon, ja. Aber Random finde ich das nicht, wenn ich jetzt hier abdrücke. Ich finde das schon sehr random, weil eigentlich haben wir keinen Beweis. Wir haben keinen Beweis und wir sind ja... Vielleicht ist er doch nur leise. Bob? Nein. Nix noch. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich weiß nicht. Das war ja automatisch. Ich wollte nur ein bisschen Chili in die Suppe machen. Ich habe so ein bisschen... Chili in die Suppe. Ich hole jetzt irgendwie noch mehr Equipment hier. Okay, ich komme mit. Ich auch. Wenn einer von den beiden stirbt, dann wissen wir, was es ist. Was haben wir hier in der Zange? Bob, Bob ist es. Der ist hier durch die Trailer-Luke gegangen. Bob ist durch die Trailer-Luke gegangen. Nein, da konnte ich auch rein. Der hat sie geschlossen. Hä? Er macht hier irgendwas auf, Mann. Okay, lass uns... Ah! Oh, was war das? Nee, das war so eine Rumwerfgranate. Okay, zugehend gemacht, war ich das. Oh mein Gott, was macht ihr hier? Wo ist Bob? Ja, Bob ist durch die Trailer-Luke. Geht er jetzt auch nicht rein? Minhas, jetzt sind wir uns ganz sicher, oder? Jo, jo, schon die ganze Zeit. Okay. Das kann natürlich auch ein Trick von dir gewesen sein. Ich wurde hier gerade eingegranatisiert. Eingranatisiert. Das war ich. Das war ich. Ich habe extra nichts gesagt. Hier, die war doch... Das hat auch gar nichts gesagt, ne? Die ist doch überhaupt nicht offen gewesen. Nee, stimmt. Wow! Ha! Ja, das ist doch schwierig. Was war denn das? War es Bob? Ja, Bob war es natürlich. War er unten noch drin? Hat hier unten keine Möglichkeit als Trailer. Ich wollte was machen, Mann. Sah aus wie ein Trailer, okay. Ja. Schwierig. Gut, nächste Runde. Da haben wir gerochen. Wo stand denn der? Der war unten. Der war eine Treppe drunter und hat sich da an der Piepel gepiept. Schwierig. Ich weiß auch nicht, wie gut die Taktik ist, einfach immer nichts zu sagen. Wir testen das mal. Ja, wenn... Also, wenn... Ja, das ist ja dann ziemlich schnell hat man raus, dass der, der nichts sagt, irgendwas verbergen will. So, Shotgun ist wichtig. So. Tut mir leid. Tut mir leid, Bob. Tut mir leid, Bob. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's gerne, Trailer. Aua. Boah, diese Hand... Diese hässliche Granate, Mensch. Die macht doch hier immer totale Unordnung. Unordnung. Hello. 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 Oh, Mann. Wo konnte ich als Trailer mal durch die Boden lugen? Hier, gell? Ah, geht aber nicht auf. Mist. Deswegen bist du so ein schlechter Trailer. Ja, meinst du, ich bin so ehrlich. Ja, gleich am Anfang der Runde sagst, dass du es bist. Minja, das können wir nicht zusammenbleiben. Was sind diese Geisterdinger hier, wo man hier so ein... Was ist das? Check, check, check. Geisterdinger? Ja, hier schwebt so ein... Wie so ein Gasfass oder sowas. Achso, ich dachte, das ist Minja. Back ganz oben. Wieso ist Minja noch... Die Trailer-Luke ist offen. Minja ist jetzt hier noch drin, oder? Ich hab die Schildkröte erschossen. Ich war kacken. Das ist jetzt grad. Das versteckt mich jetzt hier. Was war das? Auf was hast du beschlossen und warum? Bin bei, weiß ich nicht. Bin bei Fischkopp und bin bei Ben & Bob. Bob? Bob ist felsig... Oh. Ich hab' geschossen. Bob ist mir jetzt wiederum suspekt, weil er jetzt wieder redet. Weil ich viel zu viel rede, ja. Wieso? Wieso? Was ist die Blumen? Welches... Wo? Was für ein Blumen? Das ist Fischkopp, der war kacken. Minja, es geht zurück. Das ist Fischkopp. Minja? Es ist Fischkopp. Geh' nicht da runter, geh' nicht da runter. Fischkopp. Oh! Tut mir leid, 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 tut mir leid. Das ist mein Maustrigger, mein Maustrigger. War okay, war okay, 93, ist okay, ich lebe noch. Wo ist er? War mein Maustrigger. Ja, Jack ist hier unten. Leute, darf ich ihn, darf ich ihn ermorden? Nein, Fischkopp, wenn du schießt, bist du der toter Mann. Guck mal, was er kommt. Da, ich hab'n gebrochen. Ich hab'n gebrochen. Ey, das war's. Ey. Nein, ich war's. Bob? Nein. Bob, was war das? Ey, durch die Decke, durch den Kopf schießen, ist Kacke. Also, warum bin ich hier schon so? Ja, das war Minja's. Ja, ich weiß, das war Minja's, der Trader, Mann. Ich bin nicht der Trader, aber jetzt war das Spiel zu Ende. Fischkopp, geh zurück, Fischkopp. Ich hab'n bisschen... Nein. Wieso, anscheinend? Nein, kann ich nicht, siehste. Ich hab'n hier nix gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was war. Meine Fresse, ey. Dir vertraue ich noch mal, Digga. Dir vertraue ich noch mal. Ja. Okay, Fischkopp, ist es. Was ist? Was ist, ey? Wer schießt? Du hast... Du hast Bob ertötet, Mann. Oh, Quatsch. Die Rache ist füchtern. Bob ist tot. Bob, sag was. Bob, bitte... Kuckst nicht, Bob, bitte... Was ist denn mit dir? 100 Schuss mit deinem Namen drauf, Frank hier. Ich mach' dich fertig. 100 Schuss. Weil Bob jetzt plötzlich nicht mehr redet, oder was? Natürlich, weil Bob jetzt nicht mehr redet. Das ist ja der einzig wahre Grund, der auch zählen darf. Minjas? Ja, ihr könnt was sagen, aber ich bin da tot. Ich find's nicht. Also ich hör' mich jetzt nicht, das hatten wir eben schon. Ich komm' hier nicht raus. Ich geh' wieder zurück. Oh, biep, biep, biep. Macht's da hinten. Ich hab' nicht gewusst. Wenn der C4 liegt, weiß ich, dass du der Trader bist. Ist dir das bewusst? Wo, wo die C4? Ich weiß es einfach. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wie er es überlebt hat. Kein Problem, Fischi. Na, ich bin noch oben in meiner Luke drin. Ach so. Ja. Na klar. In der Luke drin, ja, ja. So spielt der Fleischhammer. Also jetzt kriegt er's mit. Kommen wir jetzt mal. Aua, 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 aua. Na klar können wir. Jetzt den Film Air Force One. Ich bin Harrison Ford. Ich bin Harrison Ford. Ah, hat der Scheiß mich erschreckt gerade. Nein. Yes. Oh, das war schön. Ich sag, Olle, was habt ihr denn gesehen gerade? Ja, ja, ich hab die verfolgt. Aber wieso war es jetzt Fischkopp? Ah. Wieso war es nicht Fischkopp? Naja, weil es uns eine grundehrliche Seele ist. Ja, halt. Ich höre Bob schreien, der gerade eben noch sagt, ey, Fischkopp. Und das ist für mich ein, das ist quasi sowas wie ein handfester Beweis. Ah, ich bin einfach so gut. Die Waffe ist so kacke. So, sollen wir jetzt eigentlich nach 15 Minuten? Nee, wir machen jetzt noch eine Runde, hätte ich gesagt. Letzte Runde. Ja, ja, letzte Runde. Tschotti. M16 will ich nicht. Scheiße. Ich nehm hier M16. Okay, diesmal nehme ich Munition mit. Das war nämlich eben mein Problem, nachdem ich Bobbler erledigt habe. Okay. Hatte ich keine Munition. Ah, scheiße, echt jetzt? Preparing. Ah ja, ich hatte doch irgendwie zwei Schuss oder drei. Preparing. Bierig. Mir wird schwierig ums Herz. Schöner Spruch. Inno. 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 Okay, jetzt komme ich wieder hoch. Meine Taktik auf dem Map ist sofort los. Wow, vor mir ist Fischkopp. Wieso kommst du jetzt vor mir? Fischkopp ist bei mir, Fischkopp ist bei mir, wenn ich jetzt sterbe. Ich bin mein Bobbler. Fischkopp sieht sowieso grundkriminell aus. Grundkriminell. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Passiert gar nichts. Was ist da los? Oh, die Granate kommt zurück. Ey. Au. Was ist hier los? Hier wird mit Granaten, wobs. Hier wird mit Granaten geschwiesen. Okay, es ist Fischkopp, weil Fischkopp hat die Trader-Luke aufgemacht. Ihr könnt Fischkopp erschießen. Ich erschieße jetzt Fischkopp. Quatsch. Ich wusste es. Quatsch, wenn du jetzt schießt. Alter, Mignas, es ist es. Es ist Fischkopp. Ihr könnt nicht mich erschießen, es ist Fischkopp, weil du die Luke aufmacht. Vertraut mir. Er schießt, er schießt, wir schießen mit. Ey, Mignas, hau ab, hau ab, hau ab. Ich erschieße dich. Es war nicht, Mignas. Ich habe ihn getötet, aber er war es nicht. Er war es nicht. Ich habe ihn getötet. Weg ist es. Ah, ja. Das ist nicht wahr, ey. Ihr kamt euch schon so weit, dass ihr euch alle gegenseitig tötet. Mignas, warum hast du mich denn jetzt nicht getötet? Weil ich dachte, du hättest hier die Luke im Boden aufgemacht. Die habe ich umgemacht. Achso. Du kannst die Luke von überall auf dem Flugzeug aufmachen. Achso. Ja, du siehst immer diese Fingerchen und die kannst du einfach anvisieren und dann kannst du es aufmachen. Achso. Weil du bist mir entgegenkommen von der Hinterdacht. Ey, auf, lasst meine Leiche. Ja, ihr Lieben. Wir sind am Ende einer Folge, würde ich sagen. So. Jo. Was war da eigentlich? Ja, doch. War schon gut. Aber die nächste kommt ja schon am Freitag, oder? Äh, ja. Richtig, genau. Die nächste Folge am Freitag. Ausnahmsweise. Und dann am Sonntag. Ausnahmsweise. Normal am Wochenende. Aber wir haben ja Sachen gemacht, die nicht funktioniert gemacht haben. Und dann haben wir das gemacht. Jetzt machen wir es an, die Spaß machen. Jetzt machen wir es an, die Spaß machen. Genau. Wir sehen uns am Freitag wieder. Übermorgen. Bis dahin. Lass uns einen Daumen hoch haben. Tschüss. 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 Oh nein. Ah.